Taste of Love, zart verführt von Poppy J. Anderson. Es liest Kathleen Gavlich. Für ihre Haut würde ich morden. Mit rasendem Herzklopfen sah Liz Miller in den Spiegel vor sich. Dabei begegnete sie dem Blick der Visagistin, die sich gerade als Heather vorgestellt hatte. Heather hielt eine Rundbürste in der Hand, kaute Kaugummi und wirkte erstaunlich fröhlich, wenn man bedachte, dass es nicht einmal 8 Uhr morgens war. Liz dagegen war alles andere als fröhlich. Und wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie auch hier nichts zu suchen. Himmel, sie war eine Patissiere. Im Frühstücksfernsehen der Stadt aufzutreten, gehörte nicht zu ihrer Stellenbeschreibung. Allein der Gedanke daran, gleich vor der Kamera zu stehen und über ihr Geschäft reden zu müssen, verursachte in ihr das Bedürfnis, sich aus diesem Schminkstuhl zu schwingen und schreiend das Weite zu suchen. Es war die haarsträubende Idee ihrer Schwester gewesen, dass Liz unbedingt im Fernsehen auftreten musste, um ihren Laden zu bewerben. Eine Idee, deretwegen Liz nun hier saß und vor lauter Aufregung noch einen Schlaganfall bekam. Und Vicky wäre nicht Vicky gewesen, wenn sie von ihrem Vorschlag nicht regelrecht besessen gewesen wäre. Das Ergebnis war, dass ihre Freundin und Arbeitskollegin Claire mit Andrew Knight höchstpersönlich gequatscht hatte, der wiederum beim lokalen Frühstücksfernsehen ein gutes Wort für sie eingelegt hatte. Nun saß Liz hier, ließ sich schminken und kämpfte gegen ihre zitternden Knie an. Ihre Poren sind so fein, dass ich sie nicht einmal sehe. Was nehmen Sie zur Reinigung? Nicht einen einzigen Mitesser kann ich entdecken. Schweigend starrte Liz die Visagistin an. Sie wusste, dass Heather eine Antwort von ihr erwartete, aber Liz bekam beim besten Willen keinen einzigen Ton heraus. Wenn sie nicht einmal eine Frage nach einem Pflegeprodukt beantworten konnte, wie sollte sie dann gleich in einem TV-Studio sitzen und über ihre Patisserie plaudern? Vor lauter Panik begann sie fast zu hyperventilieren. Gibt es hier einen Fluchtweg? Die Visagistin lachte herzlich und legte ihr freundschaftlich eine Hand auf die Schulter. Keine Sorge, ich verpasse Ihnen ein richtig hübsches Make-up. Und ihr Haar tupiere ich nur ein wenig. Sie werden reizend aussehen. Eigentlich hatte sie das schwarze Kleid mit den Flügelärmeln anziehen wollen, das sie vor vier Jahren im Schlussverkauf ergattert und anschließend auf der goldenen Hochzeit ihrer Großeltern getragen hatte. Das Kleid von Diane von Fürstenberg hatte ihrer Figur damals sehr geschmeichelt und ihren Großonkel Paddy dazu verleitet, ihr in den Po zu kneifen. Leider hatte besagter Po seitdem ein wenig an Umfang zugenommen, was Liz jedoch erst in dem Moment realisiert hatte, als sie sich nicht einmal unter Mühen in das Kleid hatte quetschen können. Im Grunde war Liz nicht der Typ, der sich Gedanken um seine Figur machte. Es konnte sie jedoch verunsichern, wenn sie im Fernsehen auftreten sollte. Das schlichte Paar Jeans und die hübsche weiße Bluse, für die sie sich entschieden hatte, sollten sagen, ich bin souverän, erfolgreich und lege Wert auf Qualität. Bitte, bitte kommen Sie in meine Patisserie und kaufen Sie meine Pralinen, damit ich nicht bald auf der Straße setze. Ihr Outfit sollte nicht sagen, alles andere passt nicht mehr. Allein die Hoffnung, dass dieser Auftritt dafür sorgen könnte, dass das Che-Liz bekannter wurde und endlich genug Geld erwirtschaftete, um über die Runden zu kommen, veranlasste sie, hier sitzen zu bleiben. Auch wenn sie es nicht gerne zugab, vor allem nicht vor ihrer rechthaberischen Schwester und Wirtschaftsjournalistin, die ihr von vornherein abgeraten hatte, eine eigene Patisserie zu eröffnen, wusste Liz, dass ihre Zahlen wenig beeindruckend waren. Das Geschäft lief, aber es hätte besser laufen können. Sehr viel besser. Liz, die Produktionsassistentin, steckte den Kopf zur Tür rein und suchte ihren Blick im Spiegel, während sie etwas in die Höhe hielt. Uns kam gerade die Idee, ihnen eine Schürze anzuziehen, wenn sie mit Chelsea in unserer Küche stehen und ihre Pralinen zubereiten. Das ist doch okay für sie, oder? Heiße Röte breitete sich von ihrem Haaransatz bis zur Knopfleiste ihrer Bluse aus, sobald Liz das rosafarbene Stück Stoff in Augenschein nahm. Sie würde lächerlich aussehen. Natürlich ist das okay, gab sie dennoch etwas schroff zurück und zwang sich zu einem falschen Lächeln. Sie sind also für diese leckeren Pralinen verantwortlich. Ich habe mir schon zwei Stück gemopst und hoffe, dass ich eine dritte ergattern kann. Die Visagistin sah zwar nicht wie jemand aus, der übermäßig viel Schokolade aß, doch Liz hoffte, wenigstens eine Neukundin gefunden zu haben. Obwohl es schwierig war, ihr zu antworten, immerhin massierte Heather gerade ihr Gesicht, murmelte Liz, wenn alle weg sein sollten, können Sie gern bei mir vorbeischauen. Ich habe noch viel mehr im Angebot als ein paar Pralinen, zum Beispiel Eclair, Macaron, Petit Four, Tartelette. Was Sie hier treiben, ist pure Folter, fiel ihr Heather ins Wort. Ist die Mitgliedschaft bei den Weight Watchers inklusive? Darauf antwortete Liz nicht, denn Heather schien die letzte Frau auf Erden zu sein, die abnehmen musste. Außerdem hörte Liz diesen oder ähnliche Sprüche täglich von Kundinnen, die bei ihr schokoladenhaltige Desserts kauften und gleichzeitig darüber lamentierten, dass sie unbedingt eine Diät beginnen mussten. Wenn Liz ehrlich war, konnte sie es nicht mehr hören. Entweder man aß ein Stück Kuchen und genoss es, oder man ließ es. Wo blieb der Spaß am Leben, wenn man Essen stets mit einem schlechten Gewissen in Verbindung brachte? Wozu hatte der liebe Gott Geschmacksknospen erfunden? Was für ein Make-up hätten Sie denn gern? Etwas Auffälliges, das Ihre Augen oder den Mund betont? Liz atmete tief durch und starrte in den Spiegel vor sich. Ein blasses Gesicht starrte zurück. Dank ihrer blauen Augen, einer Stupsnase sowie einem Mund mit vollen Lippen und blondem Haar behaupteten ihre Eltern noch heute, dass sie einer Puppe glich. Solange man nicht sieht, dass ich in der letzten Nacht vor Aufregung nicht schlafen konnte, bin ich mit allem zufrieden. Verzagt starrte sie sich wenige Minuten später im Spiegel an und musste bekennen, dass Heather wirklich ein Wunder vollbracht hatte. Die Augenringe waren verschwunden. Und okay, ihre Frisur war für einen frühen Morgen eventuell etwas zu sehr toupiert, aber sie hatte niemals besser ausgesehen. Vielen Dank. Mit einem Lächeln schaute sie zu Heather, die gerade dabei war, ihre Pinsel zu säubern. Jetzt bin ich wenigstens hübsch anzusehen, wenn ich mich bis auf die Knochen blamiere. Die Visagistin stemmte eine Hand in die beneidenswert schmale Talia. Sie haben ein Puppengesicht und stellen köstliche Pralinen her. Wie wollen Sie sich blamieren? Liz lachte amüsiert auf und erhob sich aus dem Stuhl. Dabei sah sie aus dem Augenwinkel, dass jemand in der Tür zur Maske stand. Der Mann, der die Arme vor der Brust verschränkt hatte und sie neugierig betrachtete, besaß eine frappierende Ähnlichkeit mit Adam Stone. Liz blinzelte, doch der dunkelhaarige Mann verschwand nicht. Nein, das konnte nicht sein. Der Mann, der sich jetzt gerade in Bewegung setzte und auf sie zukam, konnte unmöglich das berühmte Unterwäschemodel sein, das Berichten zufolge vor einigen Jahren für zahlreiche Auffahrunfälle am Times Square in New York verantwortlich gewesen war, als ein Plakat von ihm in schwarzer Unterwäsche dort enthüllt worden war. Ein Foto, das Liz damals als Bildschirmschoner benutzt hatte. Mit großen Augen verfolgte sie, wie Adam Stones Ebenbild auf sie zukam und ihr die Hand entgegenstreckte. Hi, ich bin Adam. Ich, ich weiß. Belustigung blitzte in seinen grünen Augen auf. Echt? Ruckartig hob Liz den Kopf. Ich, ich meine, ich weiß, dass Sie Adam Stone sind. Ich bin, ich bin Liz, Liz Miller, stammelte sie. Ich weiß, erwiderte er mit einem Lachen in der Stimme, das komische Dinge in ihrer Magengegend anstellte. Sie sind das Pralinenmädchen. Wenig geistreich entgegnete Liz. Ja. Weil er ihr immer noch die Hand hinhielt und Liz sich nicht noch mehr blamieren wollte, als sie es ohnehin schon getan hatte, erwiderte sie die Begrüßung und bekam sogleich weiche Knie. Oh mein Gott, du fasst gerade Adam Stone an. The sexiest man alive. Ihr Kopf war wie leergefegt. Hastig zog sie die Hand wieder zurück. Chelsea hat mir gerade erzählt, dass wir beide heute zusammen mit ihr vor der Kamera stehen. Ich bin ziemlich erleichtert, nicht der einzige Gast zu sein. Mein Lampenfieber bringt mich noch um. Der Mann, von dem sie wusste, dass er mittlerweile den Beruf als Model an den Nagel gehängt hatte und zu einem Fitnessguru geworden war, fuhr sich mit einer Hand durchs Haar und schob die andere in die Hosentasche. Obwohl er ein lässiges T-Shirt, ausgeblichene Jeans und Sneakers trug, wäre er auch heute noch problemlos als Model durchgegangen. Dass er Lampenfieber hatte, kaufte Liz ihm keine Sekunde lang ab. Dafür stand er viel zu gelassen in der Maske. Sie sehen nicht aus, als wären sie aufgeregt. Er schenkte ihr ein geradezu schamloses Grinsen. Das täuscht. Innerlich zittere ich vor Nervosität, Liz. Fragend legte er den Kopf zur Seite. Ich darf doch Liz sagen, oder? Weil ihr die Stimme versagte, nickte sie lediglich. Liz beobachtete, wie Adam Stone, der Produktionsassistentin, gut gelaunt zunickte, die gerade die Maske betrat. Liz, wir haben zwei Schürzen für Sie zur Auswahl. Welche gefällt Ihnen am besten? Überrascht blickte Liz zu der jungen Frau, die ein Headset auf dem Kopf und zwei rosafarbene Schürzen in den Händen trug. Angesichts der Beschriftung der Schürzen zuckte sie zusammen. Das war die Wahl zwischen Pest und Cholera. Niemals würde sie im Frühstücksfernsehen eine rosafarbene Schürze tragen, auf der geschrieben war. Liz sollte die rechte nehmen, dann kann ich die linke haben, gab Adam von sich. Die Produktionsassistentin zwinkerte verwirrt. Aber Adam, Sie müssen nicht. Ach was. Er nahm ihr die beiden rosafarbenen Schürzen ab. Wenn Liz eine tragen darf, dann will ich das auch. Wie sehr unterscheidet sich dein jetziges Leben von deinem früheren Adam? Ich schätze, ich bin nicht die einzige Frau hier im Studio oder daheim vor dem Fernseher, die dich noch aus deiner Zeit als Model kennt. Liz kam sich vor wie ein Statist. Anscheinend hatte die Moderatorin Chelsea völlig vergessen, dass sie zwei Gäste hatte. Stattdessen himmelte sie Adam an. Es war ein komisches Gefühl zu wissen, dass die Kameras jede Mimik und jede Bewegung von ihr einfingen. Sie durfte nicht daran denken, dass völlig fremde Zuschauer daheim sehen konnten, wie sie in dieser Küche stand und mit zitternden Händen Pralinen zubereitete, während sie eine rosafarbene Schürze trug, auf der Zuckerschnute stand. Liz kam sich wie der letzte Trottel vor. Adam trug seine Schürze im Gegensatz zu ihr voller Selbstsicherheit und schien sich sogar darüber zu amüsieren, dass er als Sahneschnitte bezeichnet wurde. Lässig und charmant stand er da und bereitete seinen Fitnessdrink zu. Dabei flirtete er schamlos mit dem Publikum. Im Vergleich zu ihm kam sich Liz absolut zurückgeblieben vor. Auch jetzt scherzte er. Heute bin ich bei der Arbeit angezogen. Früher war das nicht immer so. Das Publikum kicherte und Chelsea setzte einen geradezu anbetungsvollen Blick auf. Wann hast du dich dazu entschieden, deine Modelkarriere zu beenden? Verstohlen musterte Liz das frühere Unterwäschemodel. Vielleicht täuschte sie sich auch, aber Adam Stones Fröhlichkeit wirkte auf einmal aufgesetzt. Wenn man älter wird, sucht man nach neuen Herausforderungen. Leider kann man nicht ewig modeln und ich wollte aufhören, als es am schönsten war. Chelsea seufzte. Das klingt so reif. Beinahe hätte Liz die Augen verdreht, konnte sich jedoch angesichts der vielen Kameras gerade noch zurückhalten. Ich würde sagen, es klingt realistisch. Er zwinkerte der Moderatorin zu. Man wird älter und weiß, dass man einen Plan B braucht. Und wie bist du auf deinen Plan B gekommen? Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, erwiderte er schlicht. Irgendwann kristallisierte sich heraus, dass Sport genau das war, womit ich meine Brötchen verdienen wollte. Er räusperte sich und fuhr forsch fort. Mir war es wichtig, etwas völlig Neues auszuprobieren. In meinem Fitnessclub wollen wir unseren Kunden eine Rundumbetreuung anbeten. Neben Personal Training, Fitnesskursen und Wellness kümmern wir uns auch um das leibliche Wohl in Form von verschiedenen Drinks und gesunden After-Training-Snacks. Liz und Du, ihr kommt jetzt gleich in den Genuss eines Smoothies, den ich meinen Kunden empfehle, um fit und vital zu bleiben. Als Liz ihren Namen hörte, sah sie auf und warf einen Blick auf die unterschiedlichen Obstsorten, die Adam gerade kleinschnitt. Sie liebte Obst, aber was das Blattgrün dort zu suchen hatte, verstand sie überhaupt nicht. Oh, ich fühle mich geehrt, Adam, säuselte Chelsea und rückte einen weiteren Schritt an ihn heran, um ihm betont unauffällig über die Schulter zu schauen. Dabei schmiegte sie sich an ihn, wie nicht nur Liz sehen konnte, sondern vermutlich jeder Zuschauer im Studio und vor dem Fernseher. Woraus besteht dieser Drink? Adam nahm eine Handvoll Spinat, warf diese in den Mixer und gab das geschnittene Obst hinzu. Äpfel, Bananen, Beeren und Blattgrün sowie Cashewkerne und etwas Mandelmilch. Die muss natürlich ungesüßt sein. Wichtig ist auch der Teelöffel Leinsamen. Chelseas Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.